Weil er sich auf einer Porno-Website als schwarzer Nazi bezeichnet haben soll, steht der republikanische US-Politiker Mark Robinson in der Kritik. Robinson kandidiert für das Gouverneursamt im Bundesstaat North Carolina. Der Sender CNN berichtete, Robinson habe sich vor mehr als einem Jahrzehnt auf einer Porno-Website namens Nacktes Afrika als perverser und schwarzer Nazi bezeichnet. Der Afroamerikaner schrieb demnach zudem, Sklaverei sei nicht schlecht, er würde sicher ein paar kaufen. Im aktuellen Wahlkampf hatte es außerdem Kritik an weiteren Äußerungen Robinsons gegeben, in denen er den Holocaust relativierte und Adolf Hitler lobte. Trotz der Vorwürfe lehnt er vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unterstützte Robinson einen Rücktritt ab. Den CNN-Bericht zu seinen umstrittenen Äußerungen bezeichnet er auf X als schlüpfrige Boulevardlügen.